2 drin Scheiße Einer One-Shop Der hier One-Shop Hier, hier Nice, nice Kommt hier Nice Das andere Team kommt Das ist ein NG Ich, ich Du läufst doch Wo bist du denn? Hinter dir, hinter dir, Kingpin Ok, letzte Nice Ja, ich bin drin Oh, der stunned mich Der killt mich Der hat mir einen Arxer in die Fresse gehauen Kommt hier Ja, Knock Hier auch einer Die Leiche ist hier Dann werden gleich kommen Sollen wir direkt weglaufen, oder? Hier liegt noch ein Medkit bei mir Ja Oh, ich brauch die Waffe Oh, ich brauch die Waffe Warte ich kurz Ja, ja, warte ich kurz 68 auf die Rave Die war hier close Die queued weg Ich glaube Es ist mehr als noch ein Team Ja, ja Wollen wir einfach da rüberlaufen Ich hab nicht genug Für einen ordentlichen Fight Ja, da wird gecrafted Weil das ist ja auch zu riskant eigentlich Die jetzt anzugreifen Ich halte das nicht voll Wieso? Ich halte es schon für das doch direkt hier Jungs Ja Ist es Ich hab keinen gescannt Da oben Ja, ich muss kurz hier Da ist noch einer Muss nachladen Der ist One-Shot Ja, Knock Das Gas kommt Ja, ich krieg den leeren Schild Könnte auch nicht durch Ich hab den Arm auch Swap machen Ja Können wir weiter craften Auf jeden Fall Oh, ich bin auf Ah, da müssen doch auch wieder Irgendwelche Biester dabei sein Oder wenn der Server Jetzt einfach schon so leer ist Möglich, ja Ja, das heißt Gleich sterben, oder was heißt das? Aufgeben, rausgehen Quitt Ja Wir nehmen einfach Minus 72 an Hahhh Na gut, das war es der Sneaky Ah, der, Tom, ist auch schon fast weg Ja, der mit 3 Headshotzer geht Braucht du ne smoke für das Beacon, oder was? Ne, ich habe das Da gehen wir Zone, oder? Wer will das hier nicht unnötig in die Länge ziehen? Das Ergebnis wird sich wahrscheinlich eh nicht ändern Was dreht sich denn? Der Turm dreht sich, ne? Ich drehe mich nicht. Ja, der Turm dreht sich. War er versucht? Ja. Weiß ich nicht. Die fighten glaube ich. Nein, der schießt mich. Achso. Dann hat es geklappt auf jeden Fall. Komm, wir gehen hier hin. Ich hab riskiert. Da ist gar keine M-Lock. Doch die fighten, oder? Ja, jetzt müssen wir. Wir kommen da nicht hoch. Ja, einfach hier die Sippler. Ja, das wäre doof. Die haben einen Zaun, ne? Nein. Ist noch keiner genockt. Könnt ihr kurz warten? Ich bin noch ein bisschen hinter. Wir können uns erstmal hier hinterstellen. Jetzt guckt er. Der ist gelasert. Ich auch. Ich brauche meine Ulti raus. Da ist noch einer in Wack. Ja, nicht zu weit rein rennen. Meine Ulti. Ich habe einen Assist gekriegt. Einer brennt. Einer ist da und einer ist dahin. Ich nehme Schaden rechts. Wir können eigentlich den rechts pushen. Oh, der ist 1-2-4-T. 7-70. 7-70 bekommen. Wo ist der hin? WTF? Ja, wahrscheinlich zu seinen Mates. Hock. Schön. Auf der Brücke. 36. Ja, wir looten da. Der fortet irgendwo hin. Wer fightet den Bogen gerade? Ich sage nicht. Oh, Kevin hat alles geblockt. Du hast dich. Hier, hier, hier. Hier, hier, hier. Klar, ich habe auch den hinter dir geschlossen. Der hat genug der Kiwi. Schön. Das war's. Welcher hat denn? Sehr fress. Weiß ich nicht. Entweder der Kiwi oder der hinten am Schein. Der. Schön. Boah, nice, ey. Gut gespielt, Kappel. Ehrlich. Ich wusste aber nicht, wo die sind. Ich habe denen so viel Schaden ausgeteilt und plötzlich sterb ich. Ich habe gedacht, ich werde nicht mehr. Ja. Unglaublich. 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 Ja, wirklich, ey. Ich habe gedacht, ich bin im falschen Film.